Hallo meine Lieben Norte und willkommen wieder in Roblox. Heute spielen wir ein Spiel und das kennt ihr wahrscheinlich nicht immer das gleiche. Spielen wir etwas einmal etwas anderes. Okay. Meine Restaurant. Spielen wir Ahoro Evelatum. Das haben wir lange nicht mehr gespielt. Oh Gott, ich habe schon tausend Spiele gespielt. Scary Elevator. Okay. Stop looking. Ahoro Evelatum. Die Verbindung zum Server wird hergestellt. Okay. Das habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich habe es schon vermisst. Natürlich dann sind wir. Wo bin ich dann? Wo bin ich dann? Wo bin ich dann? Ach, Pennywise war jetzt gerade übermorgen. Oh Gott, meine coole Schuhe. Meine coole Schuhe. Meine coole Schuhe. Meine coole Schuhe. Ich habe so coole Schuhe. Ich habe so coole Schuhe. Ich habe so coole Schuhe. Was? Das hat immer noch nie. Echt jetzt? Nein! Okay, ich bin hier oben. So, das ist das Nächste. Das muss ich ganz gut machen. Das ist doch mit einem Ja. Es muss beginnen. 1, 2, 1 und 0. Echt bei dem Kind. Ist das so? Warum sind es später denn jetzt? Oh, hallo! 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 Oh! Oh, hallo! Oh, hallo! Jetzt habe ich meine Schuhe wieder nicht. Ich kaufe mir neue. Oh, eine Ente. Oh, so cool. So cool. So cool. So cool. So cool. So cool. Ich kaufe mir einfach neu. Komm, wir sind so langsam. Hey girl, open the walls, play with your dolls, we'll be a perfect family, when you walk away, it's so nice, it's so nice, it's so nice, it's so nice, it's so nice. Was? Wie kann auf die Leiter klettern, bescheuert. Okay. Wie kann auf die Leiter klettern, bescheuert, 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 bescheuert. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich von mir. Ich sag verpiss dich. Oh, die Leiter klettern. Oh Gott, ich habe hier einen Stuhl. Oh, so ist es! Okay, das ist ja. 1, 2, 3, 2, 1 Echt, Freddy Was soll das gehen, ist es bitte Okay, meine Lieben, das war es mit dem Video Falls euch das Video gefallen hat, lässt einen Daumen nach oben Und dein Abonnent und ciao